Wenn die guten Sitten verkommen und die Welt verängstigt zusieht, gedeiht das Böse. Ich hab eine Idee für ein neues Lied. Die Umstände können das Wesen eines Menschen verändern. Ich hasse sie. Mann, Alex, beruhig dich bitte. Du bist gefeuert, wenn du so einen Flug hier nochmal buchst. Wer die Kontrolle verliert und den Rückhalt vermisst, fällt tief. Das ist Medium, ja? Ja. Schön zart, ja? Ich kann nicht weh tun, ja? Jetzt kannst du dir das richtig zeigen. Soll es, soll es. Joby, nein! Doch hat der Mensch immer die Möglichkeit umzukehren? Der stand ja sowieso nur im Weg. Ich werde... ...dich aufliegen lassen. Tommy, Christian lässt Alexander Markus vergessen. Vielleicht bringt dich ja das runter von deinem Ego-Trip. Auch wenn es manchmal der Unterstützung anderer bedarf, so findet er doch die Liebe zu sich selbst und zu anderen in sich selbst. Musik, zu musizieren, in einer Gruppe, in einer Formation. Ja, ja, ich bin der Ding. Es ist doch etwas Wichtiges, etwas Wunderschönes. Wir waren noch nie so glücklich. Was? Was? Du musst uns verlassen? Wir dürfen niemals aufgeben. Wir dürfen niemals mutlos sein. Geht mit mir, den Weg der Liebe. Alle wollen Glanz und Gloria. Macht euch nichts vor. Sie wollen Glanz und Gloria. Das war schon immer so. Sie wollen Glanz und Gloria. Alles, was zählt, ist nur Glanz und Gloria. Ich will es auch. Meine Berufserfahrung sagt mir, dass der Herr Gurtmacher die Wahrheit sagt. Ja.